Wer schon immer einmal das gesamte Tonangebot des SC Siemens statt live in Aktion sehen wollte, der war hier genau richtig. Beim alljährlichen Schauton zeigten die verschiedenen Tongruppen, was sie in diesem Jahr alles gelernt und einstudiert haben. Die Jüngsten sind sechs Jahre alt und es geht dann hoch bis zu den Erwachsenen, die schon berufstätig sind. Auch dieses Mal gab es wieder ein Motto der Veranstaltung und zwar Movie Night. Das bedeutet, jede Gruppe hat sich eine Choreografie zur Musik bekannter Spielfilme überlegt. Die Zuschauer wurden also auf eine Reise durch die Filmgeschichte mitgenommen, angefangen beim Dschungelbuch über James Bond bis hin zu Star Wars. Also wir haben heute die Choreo zum Film The Greatest Showman gemacht und wir haben eigentlich relativ früh mit der Choreo angefangen, um es sozusagen richtig zu perfektionieren und wir haben ziemlich lang überlegt, welchen Film wir denn nehmen. Auch wenn alle Gruppen heute großartige Choreografien vorführten, stach einer dennoch aus der Masse heraus. Munetzi Showman, auch bekannt als I am Showman, ist ein Zirkusartist aus Zimbabwe und Trainer in der Akrobatikabteilung des SC Siemenstadt. An der vertikalen Stange, einer seiner Paradedisziplinen, zeigte er eine wirklich beeindruckende Performance, die auch das Publikum restlos begeisterte. Aber auch die zweite Gastgruppe des Abends, die Rhönrad-Abteilung, konnte das Publikum von sich überzeugen. Auch wenn das Tongerät wahrscheinlich noch nicht jedem ein Begriff ist. Die Geschichte des Rhönrads geht dabei aber weit zurück, bis in die 20er Jahre, als es in der Pfalz entwickelt wurde. Seit 1995 gibt es mit der IRV nun auch einen internationalen Verband, der alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft ausrichtet. Man kann da mit jedem Lebensalter anfangen. Man darf auch noch im Alter anfangen. Man hat relativ schnell Fortschritte. Um in die höheren Klassen hochzusteigen und in die Richtung Weltmeisterschaften zu gehen, sollte man dann halt schon als Kleinkind anfangen. Ob jung oder alt, ob Tonen oder Akrobatik, beim SC Siemenstadt ist wirklich für jeden etwas dabei. Wer nun auch Interesse daran hat, diesem Berliner Traditionsverein beizutreten, der ist herzlich willkommen. Die Kontaktdaten des SC Siemenstadt finden Sie gleich hier in der Videobeschreibung.